Ich bin total zufrieden. Ich habe verschiedene Zahnärzte kennengelernt, die mich auch immer in den einzelnen Behandlungsschritten betreut und behandelt haben. Ich bin eigentlich von der Ruhe, von der Kompetenz und von der Behandlung selber total angetan gewesen. Aber es gibt von meiner Seite aus keinerlei Beschwerden oder Ängste. Man kommt ja doch mit Unsicherheiten auch her, die aber im Laufe der Behandlung eigentlich ganz schnell auch runtergefahren worden sind.